Was beginnt heute in einer Woche? Heute in einer Woche? Keine Ahnung. In einer Woche? Oh, das ist eine interessante Frage. Fußball-Wählen. Oh, das ist aber nicht die große Begeisterung. Bin ich auch nicht. Eröffnungsspiel ist? Am Freitag. Donnerstag. Donnerstag? Okay. Zwischen? So groß ist dann die Freude? Keine Ahnung, weiß ich jetzt noch wie. Auf jeden Fall der Gasgeber. Das ist Russland. Gegen wen? Jetzt haben sie mich erwischt. Die Eröffnungspartie müsste Russland gegen Chile. Nein, was Asiatisches gegen die Testen die Deutschen heute Abend? Gegen Saudi-Arabien. Ich freue mich, wenn wir gewinnen, aber gucken werde ich nicht unbedingt.